Karpic gegen Marc Flecken, das wird die nächste und damit letzte Partie am heutigen Abend sein. Und ich hoffe und ich freue mich auf richtig viele Tore und auf eine packende Begegnung dieser zwei Kontrahenten. Nochmal am letzten Spieltag, an diesem Spieltag, am letzten Spiel so viel wie möglich aus sich rauszuholen, Jungs. Es ist Paderborn gegen Freiburg, das letzte Duell im Januar 2020, das war mit 0 zu 2 für Paderborn ausgegangen. Da hatten sie noch einen ganz guten Lauf, Freiburg danach recht gut in die Saison gekommen. Beide, übrigens das ist das Duell der Nicht-E-Sport-Leute, also nicht-E-Sport-Leute ist falsch gesagt, beide Teams haben kein Virtual-Bundesliga-Club-Championship-Team. Und doch schickt einer von beiden einen E-Sportler ins Rennen und zwar der SC Paderborn, den Lukas Fiedler. Also falls den einer nicht kennt, der Lukas Fiedler kommt aus Paderborn und ist im November 2019 zum ersten E-Sport-Stadtmeister in Paderborn gekürt worden in FIFA 20. Und das nominierte ihn als riesen SC Paderborn-Fan eben dafür, hier für den SC Paderborn aufzulaufen bei der Bundesliga-Home-Challenge. Also der erste Stadtmeister im E-Sport FIFA 20 in Paderborn. Damals gab es auch noch schöne Live-Übertragung, die habe ich noch tatsächlich gesehen. Dann haben wir auf Seiten von Freiburg Nico Schlotterbeck, der eben auf Lukas Fiedler trifft. In der Theorie würde man sagen, ja, Lukas Fiedler auf jeden Fall im Vorteil. Man muss aber auch sagen, dass Lukas Fiedler im ersten Spiel noch mit 1 zu 4 gegen Elias verloren hatte, der ebenfalls E-Sport lässt. Auf der anderen Seite konnte sich Lukas Fiedler gegen Bremo, der auch E-Sport lässt, von mir in Wiesbaden mit 4 zu 0 am vergangenen Spieltag durchsetzen, vielleicht auch ein Fakt des Trainings. Anstoß ist übrigens um 20.30 Uhr, um da mal hinzukommen. Nicht, dass ihr denkt, hey, warum quatscht ihr denn so lange? 20.30 Uhr, Freunde der Sonne, pünktlich Anstoß. Bis dahin bringe ich euch ein paar kleine Infos mit. Auf der anderen Seite Refit Karpic. Wir können da auch nochmal rüber, damit ihr auch die anderen Ergebnisse einmal drin habt von heute, was sonst noch so gelaufen ist. Und dann klappe ich mir unten mal das letzte Spiel nochmal auf, Baderborn. Refit Karpic, sein erstes Spiel gegen Maximilian Mittelstädt, gegen Hertha BSC, 2 zu 2 ausgegangen. Damals reicht es trotzdem nicht für einen Sieg, es war eine Niederlage 6 zu 3 insgesamt. Und dann gab es einen ganz, ganz dicken Hieb von Onkel Mockenhaupt. 0 zu 6 gegen Wien Wiesbaden für Karpic. Nichtsdestotrotz ist er heute wieder mit dabei und das freut mich sehr. Paderborn momentan noch ohne Punkte und die werden alles dafür geben, gegen Freiburg hier irgendwie Punkte zu holen. Und Freiburg, die hauen richtig raus. 5 zu 5 gegen Wien Wiesbaden gab es am ersten Spieltag. Damals spielte noch Schlotterbeck 2 zu 2 gegen Mockenhaupt. Und Marc Flecken brachte einen 3 zu 3 gegen den E-Sportler Juice auf die Kette. Während dann im Spieltag, im vergangenen Spieltag muss man auch ganz klar sagen, Marc Flecken als erstes auflief und 6 zu 1 gegen Elias Nährlich als Klatsche und nach Hause geschickt wurde. Und dann kam Nico Schlotterbeck ums Eck und haute einfach Mittelstädt mit 1 zu 11 raus. Und ja, Arrivederci, 1 zu 11. Kann man mal so machen, gewinnen am Ende die Freiburger mit 7 zu 12. Und ich höre, wir gehen rein und deshalb würde ich sagen, rein ins Spiel zwischen Lukas Fiedler und Nico Schlotterbeck. Das ist die Partie, die wir jetzt sehen werden. Nochmal, faktischerweise müsste Fiedler ein Vorteil sein gegen Schlotterbeck. Der aber nochmal 2 zu 2 gegen Mockenhaupt. Und Mockenhaupt haben wir heute schon besprochen gehabt. Nicht nur Fußballprofi, auch im FIFA könnte er tatsächlich zumindest an den internationalen Events von E-Sports teilnehmen. So gut ist der. Und dann ein 1 zu 11 Sieg. Wohlgemerkt, 11 zu 1, muss man richtig auszudrücken. Das war allerdings ein Auswärtsspiel, also wäre es auch 1 zu 11. gegen Maximilian Mittelstädt und das eiskalt rausgebrettet. Dementsprechend bin ich hier sehr gespannt. Ich bin hier sehr gespannt, ob die Jungs von Freiburg, ob Nico Schlotterbeck sich hier gegen den Stadtmeister aus Paderborn, gegen den E-Sports-Stadtmeister aus Paderborn durchsetzen kann. Und wenn ja, wie hoch? Und wenn nicht, was passiert im Spiel zwischen Rifrit Karpic und Marc Flecken? Karpic hat noch nicht so richtig reingefunden. Hat noch nicht so richtig in dieses Game seinen Fuß reingekriegt. 2 zu 2 gegen Maximilian Mittelstädt. Da muss ich sagen, Schlotterbeck gegen Mittelstädt, 1 zu 11. Nur mal so, um das Ergebnis hinzunehmen. Und dann 0 zu 6 gegen Mockenhaupt. Also interessant, interessant. Beide übrigens gegen dieselben Gegner gespielt. Und die einen haben vier Punkte geholt, die anderen 0. Spannend, spannend. Spannend, spannend. Mal schauen, wer am Ende hier rausgeht als Sieger aus dem letzten Spieltag. Aus dem letzten Spiel dieses Spieltags. Es ist nicht der letzte Spieltag. Denn nächste Woche, nicht verpassen, Freunde. Nächste Woche, 15.30 Uhr, Samstag und Sonntag wieder. Und ich freue mich. Let's go. Noch einmal FIFA 20. Noch einmal Tore. Freiburg gegen Paderborn. Das ist die Partie. Erst mal direkt wieder ins Pausenmenü. Ich weiß nicht genau, ob sie zu früh waren. Der Zeitpunkt war noch nicht ganz perfekt. Aber jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Freiburg von links nach rechts. Und Paderborn von rechts nach links. Paderborn in gelb. Und Freiburg in... Ist das blau? Lila? Violett? Ja. Egal. In dunkel. So ein Ding. Und Paderborn mit dem ersten Angriff. Und mit der Möglichkeit, Fragezeichen. Paderborn mit dem ersten Angriff. Peter. Höhler. Petersen. Das ist nicht schlecht. Porello. Porello. Wollte Peter... Oh, das ist richtig gut gespielt. Höhler. Und da ist das 1 zu 0. Da ist das 1 zu 0 für Schlotterbeck. Uiuiui. Ich weiß nicht, ob er Petersen wollte. Aber der ging nicht. Petersen beim Abseits. Und der kommt ja perfekt. Und so kann's gerne weitergehen. 1 zu 0. Und damit der Stadtmeister aus Paderborn. Erstmal... Unter Druck. Mamba. Und da ist direkt wieder ein Verteidiger zwischen. Schmidt. Tempelmann. Höhler. Borello. Höhler. Borello. Hier kommt er nicht. Und jetzt nochmal Paderborn. nochmal mit der Möglichkeit. Mamba. Da kommt nicht durch. Das ist sehr, sehr hektisch gerade. Man hat das Gefühl, dass beide sehr, sehr schnell hier auf den Treffer wollen. Aber das gelingt halt nicht. Der Ball in die Mitte. Überragend. Und wieder Höhler. 2 zu 0. Heieiei. Nico Schlotterbeck. Was machst du da? Das ist bockstark gemacht. Ach, der chipt den rüber und legt ihn auch noch eine Station weiter. Der eskaliert ja vollkommen. Nein, einfach reicht ihm nicht. Er muss noch den perfekten Spieler da vorne drin sehen. Und dann lässt er ihm hier keine Chance. 2 zu 0. Keine 20 Minuten. Und die Antwort folgt. Lukas Fiedler erst mal mit der Antwort. Anschlusstreffer Paderborn. So kann es gehen. Keine 20 Minuten. Drei Tore. Und auch der kommt überragend gut vom Timing. Heieiei. Haben wir nicht sehr gespannt. Was hier noch auf uns zukommt in den nächsten 70 Ingame-Minuten. Der kommt wieder bei Höhler an. Petersen. 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 Er versucht da abzubrechen, den Dragback. Und das hat er gerochen. Der Lukas Fiedler. Von Paderborn. Und Nico Schlotterbeck macht das superintelligent. Das ist auch gerade eben. Komplett das Tempo rausnehmen. Und das ist kein Foul, der Schiedsrichter. Kann man so stehen lassen. Würde ich vielleicht nochmal überdenken. Aber gut. Gibt Angriff für die Freiburg. Gut verteidigt. Von Paderborn. Und nochmal nach vorne. Mamba. Porello ist da. Höhler. Der Möhmann. Höhler. Und da kommt er nicht ran. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für die Paderborner. Die Möglichkeit für Nico. Für Lukas Fiedler. Höhler. Höhler. Petersen. Der Möhmann. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. So die ersten 20 Minuten. Das war Vollgas. Und so schnell wie möglich. Natürlich auch vor allen Dingen für Lukas Fiedler hier. Das Ding zu ändern. Oder die Möglichkeit. Und Flecken ohne Probleme. Und Flecken hier auf dem Platz. Erstmal sauber. Und muss später dann selber. Gegen Riffit Karpic. Und Flecken hatte einen sehr guten Start eigentlich. 3-3 gegen Juice. Gegen den E-Sportler von Wehen. Wiesbaden. Und dann allerdings ein ganz fieses 6-1 gegen Elias Nährlich. Das aus Sicht der Frank Freiburger dann Schlotterbeck wieder komplett eskalierte mit seinen elf Toren. Dann Höhler. Immer noch Höhler. Er bleibt da dran. Aber Collins jetzt mal raus das Ding. 35. Minute. 10 Ingame-Minuten noch in Halbzeit 1. Momentan die Führung für die Freiburger. Momentan die Führung für Schlotterbeck. Und der Schlotterbeck, der spielt einen richtig schönen Schuh. Fiedler auf der anderen Seite sicherlich auch. Aber da war es klar. Also er ist halt FIFA-Profi. Der muss halt ein bisschen abreißen. Aber hier ist halt was Besonderes. Wenn der Fußballprofi einfach so gute Skills hat. Würde mich mal interessieren, wie viel Zeit er da reinsteckt. Nochmal Borello. Borello, komm nicht durch. Collins ist da. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Schlotterbeck vergeht gerade so ein bisschen der Fokus. Versucht über zu einfache Dinge. Bringt nicht mehr das Tempo raus. Und das ist natürlich für Lukas hier dann ein bisschen einfacher macht, das zu verteidigen. Am Anfang hat er sehr viel Tempo rausgenommen. Ein paar Skills noch mit eingebaut. Das ist ganz oft so der Fall, wenn man sich etwas unsicher fühlt. Oder vielleicht auch zu sicher mit einer Führung zufrieden ist oder, oder, oder. Dann fängt man an, sein Spielstil leicht zu verändern. Und dann etwas unkreativer zu werden. Jetzt muss er halt aufpassen. Na klar. Lukas Fiedler ist ein guter FIFA-Spieler, der auch schon, wie gesagt, länger dabei ist. Der auch weiß, wie man spielt. Und der auch schon das ein oder andere Event mitgenommen hat. Aber jetzt nochmal. Oh. Okay. Aber das kann Schlotterbeck gerade selbst nicht glauben, was da passiert ist. Das kann er selbst nicht glauben. Okay. Okay, nehmen wir es so hin, Niko. Nehmen wir es so hin. Es ist nicht optimal, aber ja. Passt, Joe. Okay. So. In der Halbzeit wurde nicht viel gemacht. Rein in Halbzeit Nr. 2. Und in die vorletzte zweite Halbzeit an diesem Spieltag der Bundesliga-Home-Challenge. Und wenn ihr etwas zu sagen habt zu der Bundesliga-Home-Challenge und ihr Lust habt, das Ganze auszudrücken, dann nutzt gerne den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge auf den Social-Media-Kanälen. Und lasst uns wissen, welcher Verein euch vielleicht noch fehlt, den ihr gerne dabei hättet bei der Bundesliga-Home-Challenge. Welche Spieler hättet ihr noch gerne dabei? Wer fehlt euch? Fehlt euch ein Bundesliga-Profi? Oder sagt ihr, keine Ahnung, es passt alles, wie es ist. Gebt uns gerne Feedback, gerne auch Kritik. Oder schreibt uns, was ihr glaubt, wer der beste FIFA-Spieler ist unter den Bundesliga-Profis. Zum Beispiel ein Schlotterbeck, ein Nico Schlotterbeck. Man weiß es nicht. Also FIFA spielen kann er. Hier führt er wieder mit 2 zu 1. Und bis dato hat er noch kein Spiel, kein Einzel verloren. Und auch kein Teamplay. Und jetzt nochmal die Möglichkeit für Paderborn. Nochmal die Möglichkeit für Lukas Fiedler. Ball in die Mitte. Und Flecken ist da. Also der macht seinen Job hier, wenn er das dann auch im Rückspiel auch hinbekommt. Dann könnten die Freiburger eventuell ungeschlagen in Spieltag 4 gehen. Für 3 Spiele, 3 Siege reicht es nicht mehr, weil es einen Unentschieden gegen Wien Wiesbaden gab am ersten Spieltag. Aber ungeschlagen in Spieltag 4. Das wäre doch auch schon mal ein Saisonstart, ein gelungener Saisonstart. Nochmal, wer es verpasst hat, kann natürlich gerne auch in den WOD schauen. Alle Spiele von gestern bekommt ihr da natürlich auch zu sehen. Oder aus den vergangenen Wochenenden viele tolle Partien eurer Stars. Und nächste Woche geht es dann weiter. Samstag, Sonntag, wieder 15.30 Uhr. Der vierte Spieltag der Bundesliga-Home-Challenge. Hier. Räger, Mamba. Röger. Wo geht es hin? Findet Sabiri. Sabiri, schöner Heel-to-Heel. Und dann im Strafraum nochmal der Dreckbeck. Und sehr gut aufgepasst hier von Schlotterbeck. Der macht das überragend. Der gefällt mir richtig gut, der Junge. Also schon letzte Woche beim 11 zu 1. Und heute auch bei diesem 2 zu 1. Das ist defensiv sauber. Vorne eben überraschend. Und der ist gut. Der ist gut. Der ist richtig gut. Nochmal die Ballrolle. Legt ihn zurück. Und den macht er rein. Und Höhler mit dem Hat-Trick. Und das ist so gut. Es kommt nicht nur die Ballrolle und dann der Ball ins Tor. Nein, ihr merkt, ich mag die Ballrolle. Und dann ist das Ding erstmal dicht. Also drehe ich zurück. Dann findet er Höhler und drückt ihn wieder rein. So kann es gehen. Nico Schlotterbeck. Hai, hai, hai. Riesen Respekt an dieser Stelle. Und macht mir richtig Spaß. Das macht mir richtig Spaß. Defensiv kompakt und offensiv mit so viel Spielintelligenz. Let's go. 3 zu 1. Und Lukas Fiedler weiß gerade nicht ganz genau, wie ihm geschieht. Na klar ist das ein bisschen Glück, dass der durch die Beine geht. Und klar ärgert das jetzt den Fiedler. Aber so wie es gespielt war, war es absolut verdient, dass dieses Ding einfach auch drin hängt. Nicht blind in den Torhüter rein. Nein. Sondern vernünftig ausspielen. Sauber und ordentlich. Und dann gehört eben das bisschen Glück dazu. Man nennt das das Glück erzwingen. Und das macht er hier. Und führt dann mit 3 zu 1. Und absolut in Ordnung. Und wieder der Ballgewinn jetzt mal für die Paderborn. Aber uns haben wir ausgespielt. Zu schnell. Und dann Schlotterbeck lang und weit raus. 70 Minuten gleich um. Dann sind es noch 20 Minuten. Und es sieht ganz danach aus. Das könnte Schlotterbeck hier tatsächlich vorlegen. Und Marc Flecken eine Führung übergeben. Collins. Saviri. Mamba mit dem Heel-to-Heel. Und sehr gut aufgepasst hier von Schlotterbeck mit Tempelmann. Ja, da war offensichtlich irgendwie nicht ganz sauber. Irgendwas hat da nicht gepasst. Vielleicht auch Input-Delay. Oder er wusste nicht wohin. Und löst das dann trotzdem gut. Manchmal muss man das Ding halt auch einfach wegbringen. Sabiri. Und wieder nicht sauber ausgespielt. Und er ärgert sich. Also man muss mal ein bisschen auf die Face-Game vom Fiedler achten. Der ärgert sich natürlich. Mit jedem Ball, den er blind nach vorne spielt, ärgert er sich. War auch nicht schlecht. Aber Collins ist diesmal dran. Ojojo, jetzt wird es gefährlicher. Muss er weg. Da muss er weg. Nehmen wir mal. Nochmal nach vorne. Gut. Pedersen. Sauber. Höhler mit dem Drag-Bank. Höhler hat uns schon den Hedrick. Gibt nochmal an Pedersen ab. Aber gut verteidigt am Ende von Fiedler. Zehn Minuten noch. Was fällt Fiedler hier noch ein, um zumindest irgendwie ranzukommen? Und Riffit Karpic hier zu unterstützen, der im nächsten Spiel dann eben gegen Marc Flecken ran muss. Der Riffit Karpic war das noch nicht die optimale Saison. Einen Unentschieden konnte er in den Einzelnen bis dato holen. Bereicht für einen Sieg hat es noch nicht für die Paderborner insgesamt. Schlotti will nochmal in die Pause. Um vielleicht die letzten fünf Minuten doch nochmal frisches Fleisch zu bringen, um das sauber nach Hause zu fahren. Pedersen. Ah, der Ball ist weg. Nochmal Paderborn. Nochmal Sabiri. Nochmal Lukas Fiedler. So, Linz geht. Der kommt gut. Pröger. Riesenmöglichkeit. Und Flecken ist wieder da. Und wieder kann es Fiedler nicht glauben, dass der wieder nicht so gut kommt, dass er reingeht. Die Möglichkeiten waren da. Die Möglichkeiten waren da, ohne Frage. Und jetzt geht es ins 4-2-2-2. Mit zwei Spitzen. Und da kann man frische Leute bringen. Aber ich weiß gar nicht, hat er jetzt nur eingebracht? Hat er keinen Stürmer mehr? Drei Minuten. Da ist natürlich was möglich. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass hier Schleuderbeck das Ding noch komplett hergibt? Gute Möglichkeit. Für Fiedler. Da nochmal rein. Aber Flecken ist wieder zur Stelle. Der macht übrigens einen guten Job. Wie gesagt, wenn er das gleich noch am Kontrollen umsetzt, was sein digitales Ich hier auf den Platz bringt. Zu Linsky. Dann zieht es sehr nach einem Sieg für Freiburg aus. Neunzigste Minute ist gleich angebrochen. Dann gibt es nur noch zwei Minuten Nachspielzeit vermutlich. Zwei bis drei. Zwei sind es mal wieder. Und dann sollte hier Feierabend sein und Freiburg mit einem 3 zu 1 ins Rückspiel gehen. Und jetzt sind zwei Minuten um. Und es gibt den Schlusspfiff. Und eine tolle Partie von Nico Schlotterbeck. Das hat er richtig, richtig gut gemacht und sich hier den Sieg verdient. Überragend. Da sehen wir das Zwischenergebnis des Spiels. Eins zu drei. Und ein tolles Spiel. Von beiden Seiten muss ich sagen. Aber man muss auch sagen, dass Schlotterbeck einfach ein wenig bezaubert hat. Also jeder, der gutes FIFA mag und der, glaube ich, auch Fußball liebt, den hat Schlotterbeck heute mal wieder, mal wieder, muss man sagen. Gegen Mittelstädt hat er sowieso bezaubert. Aber heute, auch wie die Tore gefallen sind, ein Stück weit wieder bezaubert. Auch Lukas Fiedler hatte seine Möglichkeiten. Hat nicht alle genutzt. Vor allen Dingen, weil Flecken im Tor der Freiburger richtig gut unterwegs war. Auch in der digitalen Version. Aber der gute Schlotterbeck hat ein wenig bezaubert. Das darf ich mal so sagen. Riesenrespekt an dieser Stelle nochmal an Schlotterbeck. Glückwunsch für den Sieg. Aber es ist noch nicht vorbei. Marc Flecken muss nochmal gegen Rifit Karpic, beziehungsweise Rifit Karpic muss gegen Marc Flecken. Und wenn Rifit Karpic das erste Mal über sich hinauswächst und tatsächlich mal drei Punkte holt und vielleicht mit zwei, drei Toren Unterschied gewinnt, dann könnte es für Paderborn ja auch für die ersten Punkte reichen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Genau auf diese Partie warten wir nämlich noch. Auch Marc Flecken nochmal war eigentlich gut unterwegs. Gegen Elias hat es am Ende nicht so gereicht. Aber das wird eine spannende Partie. Denn beide, würde ich mal sagen, sind ähnlich stark. Wer dann am Ende das Ding holt, wird interessant sein. Und es ist auf jeden Fall das letzte Spiel des heutigen Abends. Rifit Karpic gegen Marc Flecken. Alle anderen Partien sind durch, meine Damen und Herren. Das können wir euch nochmal zeigen. Und zwar Dynamo Drichten. 2 zu 3 gegen Hertha BSC. Der erste FSV Mainz 05. 1 zu 10. Eine dicke Klatsche gegen den FC Augsburg. SV Wehen Wiesbaden gegen Hamburger SV 5 zu 0. Die Schiedsrichter müssen sich ebenfalls mit 1 zu 10 geschlagen geben gegen Darmstadt. TSG Hoffenheim 6 zu 4 gegen den FC St. Pauli. In zwei Spielen 3 zu 2 und 3 zu 2. Union Berlin haben wir vorhin gesehen gegen Nürnberg 0 zu 4. Absolut in Ordnung. Der Sieg für die Nürnberger. Und aktuell der Stand im letzten Spiel des heutigen Tages und des aktuellen Spieltags. 1 zu 3 der Stand für Freiburg. Nach dem Spiel Lukas Fiedler gegen Niko Schlotterbeck. Und wir gehen gleich in ein letztes Game. Rifit Karpic gegen Marc Flecken. Ein letztes Game an diesem Spieltag. Aber wer dann immer noch nicht genug hat, der kann natürlich nächste Woche Samstag und Sonntag wieder live ab 15.30 Uhr einschalten und die Bundesliga-Home-Challenge genießen. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, wenn ihr mitdiskutieren möchtet, wenn ihr Lob oder Kritik äußern möchtet, nutzt einfach auf den Social-Kanälen den Hashtag Bundesliga-Home-Challenge. Und ihr seid mit dabei in der Diskussion. Oder wir lesen eure Kritik, eure Lobeshymnen, was auch immer. Wir nehmen alles, packen das in einen Eimer und werten das am Ende aus. Nein, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Diskussion mitjoinen würdet, damit wir natürlich in Zukunft auch aus diesen ganzen Sachen lernen können. So, da. Ja, Marc Flecken, neun Bundesliga-Einsätze. Zweimal zu null. Ist jetzt noch nicht so überragend. Zweimal zu null geht mehr, Marc. So, als kleiner Tipp. 26 Jahre jung, von Torwart zu Torwart. Also, ne. Hier mit Karpic ohne Bundesliga-Einsatz. Sechs Oberliga-Westfalen-Spiele. Dort zwei Tore und eine Torvorlage. Also, der zentrale Mittelfeldspieler Karpic gegen Marc Flecken, den Torhüter. Karpic, 24 Jahre jung, Flecken 26. Sind jetzt nicht mehr die Allerjüngsten. Allerdings, Erfahrung auf dem Platz ist die Frage, kriegen sie das umgesetzt auch am Controller. Das sind die interessanten Dinge am Ende des Tages, die dann da raus müssen. Für die, die denken, hey, wann geht's denn los? Es dauert einfach einen Moment. Die Jungs müssen sich connecten. Circa 20.55 Uhr starten wir rein. Das heißt, wir haben noch in etwa sieben Minuten, bis wir ins letzte Game gehen. Also, bleibt dran, lasst uns gemeinsam ins nächste Spiel schauen. Ins letzte Spiel, ins wirklich entscheidende Spiel. Und ich freue mich drauf, denn das erste Spiel aus diesem Hin- und Rückspiel hat schon mal gezeigt, wie interessant und wie spannend das werden kann. Und vor allen Dingen zwischen Riffet Karpic und Marc Flecken. Da wird es noch mal eine ganze Nummer geben. Und da wird es entschieden. Es sind jetzt nur zwei Tore. Riffet Karpic hat auf jeden Fall alles selbst in der Hand und könnte auf jeden Fall das Ding noch mal drehen. Ansonsten, wer letzte, wer gestern verpasst hat, um euch alle noch mal zu überspielen. Alle Ergebnisse gestern, der Samstag. Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 8 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Eintracht Frankfurt mit 8 zu 3. Der FC Schalke 04 verliert mit 5 zu 9 gegen Hannover 96. Borussia Dortmund muss sich RB Leipzig mit 2 zu 6 geschlagen geben. Werder Bremen unterliegt dem VfL Wolfsburg mit 3 zu 7. Arminia Bielefeld gewinnt mit 8 zu 3 gegen Jan Regensburg. Der 1. FC Köln unterliegt dem VfL Bochum mit 3 zu 6. Und Bayern 04 Leverkusen verliert gegen den VfB Stuttgart mit 4 zu 11. Im Rückspiel mit 0 zu 8 eine ganzige Hausnummer. Greuther Fürth spielt gegen Holstein Kiel 8 zu 4. Und sich da also einen weiteren Sieg verfolgt. So, dann gehen wir rüber und starten dann as soon as possible in die nächste Partie. Auf die allerletzte Partie des heutigen Tages, des Spieltags dieses Wochenendes. Also noch einmal genießen, noch einmal Tore. Und es heißt für Paderborn nochmal alles reinschmeißen. Vor allen Dingen für Riffit Karpic, der das Ding hier auf jeden Fall nochmal rumreißen wollen wird. Und seine ersten Dreier oder seinen ersten Dreier holen wollen wird. Wir gehen rein ins letzte Spiel zwischen Paderborn und Freiburg. zwischen Riffit Karpic und Marc Flecken. Also, Karpic rechts sehen wir, glaube ich, korrekt. Nee, Karpic links, der baut gerade seine Aufstellung auf. Und rechts sehen wir Marc Flecken. Marc Flecken geht in 4-2-3-1. Der passt nochmal seine Kamera an. Jawohl, Marc, sehr gut. Gut, und dann geht's los. Auch hier wird Karpic, habe ich gesehen gerade, im 4-4-2-Breiteraute. Auch das ist eine Formation, die wir nicht so viel gesehen haben. Ei, ei, ei. Das haben wir auch noch nicht so viel gesehen. 4-4-2-Breiteraute. Ich weiß gar nicht, ob Karpic letzte Woche auch schon so aufgelaufen ist. Da bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber ich erinnere mich vage daran, dass ja. Und das ging nicht so gut gegen Sascha Mockenhaupt. Da hagelte es ein 0-6. Aber das ist erstmal ein anderes Spiel. Ein neues Spiel. Das letzte Spiel. Und Paderborn braucht ein Zwei-Tore-Sieg, um hier zumindest mal an ein Pünktchen zu kommen, an einem Spieltag. Ich sage nochmal, alle Spiele natürlich ohne Wertung. Es gibt keine offizielle Tabelle. Das Ganze ist und dient der Unterhaltung und auch dem Spaß der Spieler. Aber für mich persönlich müssen wir natürlich irgendwie das Ganze auch in Punkte fassen und in Siege fassen, um das Ganze auch nochmal greifbarer zu machen. Und wir sehen natürlich auch eine Reaktion der Spieler, die da unbedingt gewinnen wollen, wie viele Spieler einfach maximal konzentriert sind. in den Flecken kommt über Petersen. Haberer. Haberer. Wieder per Hacke. Borello. 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 Immer noch. Borello. Der Ball. Oh, das ist stark gemacht. So, mal mitgenommen. Aber am Ende kriegt er ihn nicht unter. Und Kapitsch muss aufpassen. Dass er hier nicht von Beginn an wieder zurückliegt und dann da hinterher rennen muss. Petersen. Jans. Ja, das ist ein fauler Schiedsrichter. Das sehe ich aber genauso. Jetzt machen wir mal zurück. Also zehn Minuten und Flecken mit etwas Übergewicht in dieser Startphase. Heißt aber nichts. Wenn der erste Treffer fällt, dann wird es interessant. Und noch mal Collins. Die linke Seite versucht er da durchzukommen. Aber Collins ist wieder dran. Sabiri. Michael. Stark im Strafraum jetzt, aber wieder gut verteidigt. Von Flecken. Ich habe es angekündigt, es ist ein recht ähnlich starkes Line-Up, was hier aufeinander trifft. Die Frage ist, kann Kapitsch sich das erste Mal durchsetzen? Na klar ist Flecken vielleicht einen Tucken besser, was die Ansätze hier angeht. Aber Kapitsch hat hier definitiv eine Chance. Das, was er nach vorne treibt, das ist recht ordentlich. Hinten, da fehlt ihm so ein bisschen Koordination. Aber vorne, da geht es. Michel, Michel, Michel. Ja klar, den hätte er gern drin gesehen. Aber da ist noch ein Spieler hinten dran und der stört. Und wenn der stört, dann hast du eben nicht immer die Ruhe, um das Ding halt vernünftig aufs Tor zu bringen. Und das haben wir gerade hier gesehen. Kapitsch eigentlich mit einem guten Angriff, mit einem guten Spot auch ein Trefferchen zu machen. Aber ein Freiburger war halt immer noch hinten dran, klebte ihn quasi am Arsch. Und dann kommst du da nicht vernünftig zum Abschluss. Und jetzt die Antwort. Der Freiburger Ball in die Mitte. Der ist nicht sauber ausgespielt. Und dann Kapitsch gut verteidigt. Flecken, den muss er besser ausspielen. Ja, guter Ball hier wieder von Kapitsch. Also die langen Bälle nach vorne, die kommen. Und der kommt auch noch mal. Kopf mal. Knapp am Tor vorbei. Und Kapitsch köpft mit. Der köpft mit. Der will das Ding gerne selber reinköpfen. Aber so geht es leider. So funktioniert das leider nicht am Controller. Da muss der schon mit den Tasten und den Fingern arbeiten. Und manchmal halt auch ein bisschen beten, dass der FIFA-Gott hilft. Aber guter Ball. Kein Abseits, glaube ich. Oder war es doch? Doch, war es. Der Fleck ein Schritt zu weit vorne drin. Ja, da ist er wieder zwischen. Also wenn es langsam wird beim Kapitsch, dann wird es schwierig. Der braucht die Konter. Der muss also hier Flecken angreifen lassen und dann die Konter suchen. In den Kontern ist er sehr stark. Und wenn er es sauber verteidigt, dann wird es hier auch schwierig für Flecken. Höhler. Borello. Damiri. Gut gemacht. Röger. 33 Minuten um. Allzu viel ist hier nicht mehr zu gehen. Das letzte Spiel. Das letzte Spiel des heutigen Tages. Die Zwei-Tore-Führung momentan für Freiburg. Wir haben momentan in der Tabelle, die es gar nicht gibt, vier Punkte auf dem Konto. Also, Paderborn noch gar keinen. Den würde so gut tun, um nächste Woche dann wieder mit breiter Brust in den Spieltag der Bundesliga-Home-Challenge zu gehen. Guter Ball hier erstmal von Flecken. Aber auch wieder sauber verteidigt von Karpic. Wer also heute noch nicht genug hat von der Bundesliga-Home-Challenge, darf nächste Woche gerne wieder einschalten. Oh, nicht gut rausgespielt. Karpic, den musst du jetzt nutzen. Findet er den Mann? Er findet ihn! Und dann macht er ihn! Und dann regt er die Hände hoch. 1 zu 0. Und den hat sich der gute Flecken selber eingeschenkt. Natürlich muss Karpic den auch erstmal sauber ausspielen, aber den darfst du so nicht rausspielen. Den darfst du so nicht rausspielen. Und so gibt es noch vor der Halbzeit die 1 zu 0-Führung für die Paderborna. Und wenn Karpic jetzt ein bisschen aufgepasst hätte oder das nötige Glück hat, was er jetzt gerade hat, dann nimmt er diese 1 zu 0-Führung vielleicht noch in die Halbzeit mit. Und dann ist es nur noch ein Törchen und dann hast du dem Team zumindest mal einen Punkt beschert. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es sogar noch einen Dritten. So, bin drauf, aber erstmal Flecken. Und da war es noch nicht vorbei mit der Halbzeit. Und es gibt den Ausgleich von Höhler, der übrigens mit dem Headtrick in Spiel 1 und jetzt auch nochmal. Also Höhler über zwei Spiele, vier Tore. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Also, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Jetzt ist die Frage, schafft Karpic zwei Tore in Halbzeit 2? Er hat es auf jeden Fall lachen, nicht verlernt. Freut sich. Ich weiß nicht, wer da neben ihm sitzt und ihm das Lächeln reinzaubert. Aber man soll auch Spaß haben hier an der Bundesliga-Home-Challenge. Und die hat Karpic. Und das finde ich sehr bemerkenswert und sehr schön, dass er immer wieder dabei ist, obwohl er bis dato halt kein Spiel gewinnen konnte. Aber trotzdem immer am Start ist und hier wieder ein sehr gutes Spiel abliefert. Also ich meine, gegen Sascha Mockenhaupt darf man durchaus mal verlieren. Darf man mal ab. Aber normal, Sascha Mockenhaupt ist nicht einfach nur Fußballspieler, sondern der spielt FIFA auch auf einem sehr hohen Level. Da kann man sich auch durchaus eine Klatsche abholen. Und gegen Maximilian Mittelstädten 2-2 ist auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt das 1-1 hier gegen den Freiburger Flecken. Und vielleicht sogar die Möglichkeit, das erste Mal hier einen Sieg einzufahren. Für sich selbst und natürlich auch für Paderborn. Also rein in die letzten 45 Minuten des heutigen Spieltags. Des gesamten Spieltags 3. Und denkt dann, nächste Woche 15.30 Uhr wieder hier am Samstag und Sonntag mit mir. Ich freue mich auf jeden Einzelnen von euch. Seid dabei und genießt die Nachmittage bis Abende mit mir. Ja, nochmal. Ball in die Mitte. Übrigens alle Spieltermine, alle Spiele. Den Spieltag findet ihr auf der Webseite www.virtual.bundesliga.com Direkt auf der Startseite. Möglichkeit und eine Riesentat von Flecken und Paderborn. Ist drauf und dran. Karpic ist wieder wach. Gut aus der Halbzeit gekommen. Oh, und den macht er fast wieder. Also Karpic will. Karpic will und Karpic kämpft. Und Flecken. Was macht der? So, mal der Tipp in die Spitze. Ball zurückgespielt ist es sauber. Oh, den darf er so nicht. Den darf er so doch nicht. Und der Flecken legt sich den zweiten rein. Und der Flecken legt sich den zweiten rein. Und Karpic sagt danke. Und so kann es gehen. Eui, 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 Flecken. Ja, müssen wir uns aber mal hinterfragen. Den zweiten, den er dem Paderborn auflegt. Macht bis dato ein gutes Spiel. Aber er tut sich selber weh in dieser Partie. Pedersen. Und jetzt fehlt Karpic wieder ein Trefferchen. Und wir haben gleich 60 Minuten rum. Und dann sind noch 30 Ingame-Minuten zu gehen. Die letzten 30 dieses Spieltags. Freunde der Sonne. Erstmal Freistoß für die Freiburger. Lässt zwei Mann rankommen. Und die Frage ist, was macht er? Macht er ihn direkt? Lässt er ihn überlaufen? Er macht ihn direkt. Nein, also er versucht es direkt. Ja, aber nicht hier gegen den Torhüter der Paderborner. Und Karpic darf wieder aufbauen. Fröger. Versucht hier Michel einzusetzen. Aber da ist Günther zwischen. Und dann wieder die Möglichkeit. Höhler. Und das ist Platz. Da ist viel Platz. Zu viel Platz. Höhler. Höhler. Riesentat. Nächster Versuch. Nächster Versuch. Pedersen buxiert ihn über die Linie. Pedersen buxiert den Ball über die Linie. Und was jetzt? Karpic hat ihn zweimal aufgelegt bekommen. Wenn er jetzt noch einen selbst macht. Da hat er wenigstens ein Dreier für sich. Fürs Team reicht es dann nicht. Aber für sich vielleicht. Und Flecken macht einem immer den Eindruck, wenn er muss. Wenn er muss. Dann drückt er nochmal vorne drauf und macht den Ausgleich. Aber wenn das 2-2 da ist, dann spielen wir halt erstmal ruhig weiter. Günther. Ah, oben wäre er losgestartet. Den hat er nicht gesehen. Jetzt aber Jans. Jans Richtung Grundlinie. Jans. Flank in die Mitte. Und gut abgenommen. Aber auch gut gehalten. Jaja, schicke Flanke. Die kamen sogar richtig gut. Und nochmal. Bröger, Bröger. Hinten. Ist das Schmidt im Tor? Ist das gar nicht? Wait. Hat Flecken sich selbst nicht eingewechselt? Ich bin gar nicht. Ein bisschen verwirrt. Das wäre wahrscheinlich Schmidt der Verteidiger, oder? Das wird zugewiesen. Das kann ja nicht sein, dass Flecken sich selbst rauslässt, oder? Oh, das ist nicht gut gespielt von Karpic. Oh, das ist gar nicht gut. Und da läuft er durch. Und jetzt kommt der lange Ball. Und den hat er. Und Flecken mit Katt. Und dann ist der wieder weg. 70 Minuten rum. 20 Ingeminuten. Die letzten 20. Sehen wir hier noch einen Sieger, Freunde? Sehen wir im letzten Spiel noch einen Sieger, oder wird es einen Unentschieden? Bröger. Jünter ist dran. Und noch mal Freiburg. Noch mal auf dem Weg nach vorne. Karpic hat ihn erst mal wieder. Dann nicht gut rausgespielt. 15 Minuten noch. Und klar, es ist spät. Und klar, muss man hier voll konzentriert bleiben. Pedersen. Pedersen. Der Torschütze zum 2 zu 2. Pedersen sucht. Wo kann er hin? Höhler. Haberer. Haberer. Auf Borello. 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 Noch mal zurück. Den kann er auch alleine schießen. Und gibt ihn zurück. Und Flecken möchte noch mal ins Pausenminüt. 12 Minuten. Karpic mit dem Aufbau. Boah, der kommt irgendwie an bei Collins. Der kommt irgendwie an bei Collins und Flecken mit dem Abseits. Und wenn der Tag einfach gerade ausläuft. Eieieiei. Da wird es noch mal knifflig. Aber nein, war er nicht. Ball im Haus. Gibt noch mal die Möglichkeit, frisches Blut zu bringen. Und viel Zeit ist nicht mehr. Viel Zeit ist nicht mehr. Aber frisches Blut kann man auf jeden Fall noch mal bringen. Für die letzten Minuten noch mal Vollgas. Schauen wir mal. Was noch auf uns zukommt. Und viel Spielzeit haben wir heute nicht mehr. Zehn Ingame-Minuten noch. Zehn Ingame-Minuten. Und dann haben wir es. Dann haben wir einen Sieger hier. Und den gesamten Spieltag durch. Und dann haben wir noch mal die Möglichkeit für Flecken. Borello, 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 Borello. Oh, der macht ihn. Der macht ihn. Und er dreht die Partie. Und Kapitsch ist natürlich enttäuscht. Aber guckt euch das an. Der legt sich zurück und denkt, Mist. Und dann merkt er Scheiße. Sechs Minuten noch. Komm, Junge. Einer geht noch. Und voll konzentriert, voll fokussiert. Versucht er hier in Günther vorbeizukommen. Klappt nicht. Griffo. Nochmal Ball besitzt Freiburg. Und Kapitsch muss da irgendwie drauf. Der muss alles riskieren. Zumindest für sich das Unentschieden holen. Sabiri. Und oben nochmal Pröger. Und nochmal Platz. Und nochmal Platz. Und drüben wäre es jetzt. Drüben wäre es jetzt. Der Kopfball kommt übel schlecht. Das ist so belastend. FIFA 20. Vielen Dank für diese Kopfbälle. Wird er sich jetzt sagen. Zwei Minuten noch. Das Spiel ist immer noch nicht um. Das Spiel ist immer noch nicht um. Oder hat er ihn wieder? Ah, kriegt ihn nicht an den eigenen Mann. Kriegt ihn nicht an den eigenen Mann. Der Ball geht durch. Wie viel Nachspielzeit wird es hier für Kapitsch noch geben? Aber erstmal Flecken im Ballbesitz. Den hat er. Zwei Minuten. Gibt ihn zu leicht wieder her. Nochmal Flecken. Eine Minute Nachspielzeit. Das ist Abseits. Jetzt muss er ihn lang und weit irgendwie bringen. Versucht er auch. Macht er gut. Aber Flecken ist wieder dran. Und das sollte es gewesen sein. Zwei Minuten sind um. Und entweder macht er noch einen. Kopfball. Und er macht ihn noch. Zwei, vier. Er macht ihn noch. Und schließt den Tag ab. Zwei zu vier. Flecken dreht die Partie. Aber Respekt auch an Kapitsch. Respekt auch an Kapitsch. Schöne Partie. Tolles letztes Match, das wir hier gesehen haben. Und nochmal 3 zu 7 Sieg für die Jungs vom SC Freiburg. Jawohl. Und so geht's. Der letzte Spieltag. Damit haben wir es gepackt. Also das letzte Spiel aus dem heutigen Spieltag. Nicht der letzte Spieltag. Denn nächste Woche ab 15.30 Uhr geht es nochmal weiter. Ich habe nochmal ganz fix alle Ergebnisse in der Übersicht für euch. Und dann verabschiede ich mich. Also gestern Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt 8 zu 3. FC Schalke 04 gegen Hannover 96, 5 zu 9. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig 2 zu 6. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg 3 zu 7. Arminia Bielefeld gegen Jan Regensburg 8 zu 3. Der 1. FC Köln, VfL Bochum 3 zu 6. Bayern 04 Leverkusen 4 zu 11 gegen den VfB Stuttgart. Die Spielvereinigung Goethe führt gegen Holstein Kiel 8 zu 4. Ja, dann heute haben wir gesehen Junamo Dresden gegen Hertha BSC 2 zu 3. Der FSV Mainz 05 gegen den FC Augsburg 1 zu 10. Wehen Wiesbaden 5 zu 0 gegen den Hamburger SV. Die Schiedsrichter unterliegen mit 1 zu 10. Darmstadt 98. Die TSG gewinnt gegen Pauli mit 6 zu 4. Union Berlin gegen Nürnberg mit 0 zu 4 verloren. SC Paderborn verliert mit 3 zu 6 gegen Freiburg. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Und ich hoffe, ich sehe euch nächste Woche wieder, wenn es Samstag heißt, 15.30 Uhr Bundesliga-Home-Challenge. Bis dahin und ciao. Und ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag.